Moin Leute und willkommen zu der dritten Folge Call of War Staffel 1 als Jugoslawien. Ja, in 1 Minute und 30 Sekunden ist ein neuer Tag plus wir können die KI angreifen. Aber wir haben trotzdem noch 2 Tage und 1 Minute kann ich nicht hier Italien angreifen. Aber ja, ich hatte erst gerade das Video hochgeladen, aber dieses Video kommt erst, wenn ihr es seht am 14.01. Ich mache es aber gerade 19.33 Uhr und am 13.01 Uhr 2 Torsche und 24. Das Teil ist doch, das Teil ist doch Lichtenstein. Au, mein Hoher. Wir gucken mal die Produktion an. Nix, ok. Nein! 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 Nichts Eres Tag! Ja! Noch Schritte. Die ersten Kriege Let's go Steht aber nicht da Nochmal neu starten So Oh, there it is Die beliebteste Nation Libyen Oha Und der erste Krieg war Jugoslawien gegen Albanien In Schweiz gibt's anscheinend die Bundeskanzler Das finde ich sehr nice Nur noch einen Tag und 23 Stunden Dann gibt's richtig riesige Kriege Und ich bin schon wieder Level 1 Level 1 Wow 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 Wow, ich kann einfach nur ein Gebäude machen, nämlich ein Propaganda-Barbon. Bis jetzt habe ich gegen eine KI-Nation einmal verloren, wo auf einmal ich einen Tag weg war, auf einmal Berlin ist gefallen, da war ich Deutschland. Wie? Vor mich war die stärkste Nation und das war die schwächste Nation, also nicht mehr die stärkste Nation drin. Das ist sehr komisch. Let's go. Propaganda-Barbon. Let's go. 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 Vielen Dank.